menschen insights und spannende geschichten aus unserem heimathafen hafenfunk der podcast aus dem hamburger hafen heute mit kerstin birk moin ihr lieben herzlich willkommen zu einer neuen folge des hafenfunk podcast es könnt ihr anhand der geräusche schon erraten wo ich bin hier wird auf jeden fall fleißig gearbeitet habt ihr euch schon mal gefragt warum der hamburger hafen so gut in schuss ist und wer sich darum kümmert ich sag's euch dafür sind unter anderem die konstruktionsmechaniker verantwortlich die kümmern sich um reparaturen wartungen oder neubauten im hafen und ich spreche heute mit erik er macht aktuell eine ausbildung bei der hpa als konstruktionsmechaniker hallo erik wo genau befinden wir uns gerade ist das hier dein arbeitsplatz ja genau also das ist mein arbeitsplatz hier wir sind hier im standort harburg bei der hpa und ich habe schon beim betreten des geländes gesehen hier ist eine menge los und es gibt hier viele verschiedene arbeitsplätze an denen man tätig werden kann wie sieht denn ein arbeitsalltag aus bist du hier überall unterwegs machst du hier alles also alles mache ich natürlich nicht aber ich bin schon auf dem gelände ein bisschen zu hause also ich laufe hier eigentlich den ganzen tag umher und mache so meine arbeit wie bist du denn dazu gekommen warum hast du dich dafür entschieden jetzt ausgerechnet hier eine ausbildung zu machen es ist ja für viele junge leute durchaus eine frage die sich stellen wohin warum hier also ich habe früher schon ganz viel zu hause gewerkelt und hatte immer spaß am handwerk und nach meinem abschluss hatte ich mich hatte ich mir dann die frage gestellt was ich dann später machen sollte und bin dann wieder beim handwerk gelandet und nach dem bewerbungsgespräch hier hatte ich dann auch wieder richtig lust darauf was genau machst du denn hier die ganze zeit was sind so die aufgaben mit denen du dich beschäftigt also vor allem in der ausbildung kümmern wir uns um die herstellung von kleinbauteilen also wir kriegen meistens eine zeichnung vorgesetzt und sondern aus der quasi erschließen was wir am ende fertigen sollen und dann fertigen wir quasi die einzelnen bauteile und am ende fügen wir die meistens dann zusammen jetzt stelle ich mir vor dass das sachen sind die recht weit entfernt sind von dem was man normalerweise so macht ist das alles neu für dich lernst du hier quasi jeden tag alles neu ein stück weit lernt man natürlich jeden tag irgendwas mit vor allem in der ausbildung aber ich finde schon dass ich dann jeden tag daran anknüpfen kann was ich letzten tag gelernt habe und dass ich dann fortschritte mache woher kommt denn deine begeisterung für das handwerken und für das sachen fertigen also ich habe früher schon viel spaß daran gehabt dinge zu fertigen und vor allem sich anzuschauen was man so zur verfügung hat und dann sachen für den alltag zu bauen und das finde ich auch hier so interessant dass wir mit verschiedensten bauteilen mit zu tun haben die wir fertigen und ist irgendwie immer was neues dabei es gibt glaube ich nichts schöneres als das gefühl zu haben okay ich glaube ich habe den richtigen weg eingeschlagen in welchem ausbildungsjahr bist du denn wie weit bist du denn auf dem weg also ich bin zurzeit im ersten ausbildungsjahr bald schlägt schon das zweite ausbildungsjahr an ich habe schon noch einen langen weg vor mir also vor allem da viele sagen dass man erst nach der ausbildung wirklich in diesem beruf was lernt ich habe bis jetzt schon sehr viel gelernt habe ich das gefühl aber ja ich habe denke ich mal noch einen langen weg vor mir eric ich habe das schon mal so ein bisschen angeschnitten aber du weißt es natürlich sehr viel besser was sind denn eigentlich die aufgaben eines konstruktionsmechanikers also die aufgaben eines konstruktionsmechanikers sind sehr vielsättig einerseits natürlich das fertigen von baugruppen also als konstruktionsmechaniker kriegt man quasi vom bauingenieur eine zeichnung vorgesetzt oder vom bauzeichner und wir müssen dann diese zeichnung fertigen also wir gucken uns dann an was genau für material wir brauchen oder wie wir das ganze jetzt zusammenführen das ist auch eigentlich immer angegeben und als konstruktionsmechaniker kann man natürlich auch je nachdem wo man eingesetzt ist vielseitige andere aufgaben erledigen also wir sind natürlich auch sehr breit gefächert und geschult das heißt dinge die vorher nur auf dem papier existieren bringt ihr dann tatsächlich so dass man sie anfassen kann wo genau kann man euch denn bei der arbeit sehen wo sind konstruktionsmechaniker eingesetzt also natürlich sind wir hier am standort vor allem in der werkstatt also konstruktionsmechaniker können sowohl in der werkstatt als auch draußen arbeiten auf montage weil die brücken oder die sachen die wir hier fertigen müssen natürlich dann auch eingebaut werden ist das ein neuer beruf also der konstruktions mechaniker ist quasi ein neuartiger beruf der jetzt den beruf des schlossers ablöst und vielseitigere aufgaben auch noch erfüllt eric vielleicht einmal für das grundlegende verständnis wie ist die ausbildung aufgebaut was lernt man wann also am anfang der ausbildung haben wir zum beispiel gestartet mit der manuellen werkstoffbearbeitung da lernt man so die groben basics wie man feilt wie man sägt wie man bohrt und das ist alles noch sehr neu für einen deshalb kriegt man dafür auch sehr viel zeit am anfang und danach geht so in die basics vom schweißen meistens also in jedem betrieb steht startet man mit einem unterschiedlichen schweißverfahren bei mir war es zum beispiel das wegschweißen und dann lernt man halt die basics was überhaupt eine richtige schweißnaht ausmacht weißt du auch schon was ich dann im zweiten lehrjahr erwarten wird das jetzt ja demnächst anfängt oder womöglich sogar schon im dritten also im zweiten lehrjahr geht es vor allem darum dass man die ausbildungsinhalte vertieft also vor allem beim schweißen braucht man viel übung viel praxis damit man wirklich dieses verfahren verfeinern kann und dann stehen natürlich auch schon prüfung an und ich nehme an du lernst sowohl hier als auch in einer berufsschule ja genau also bei uns sind wir zum beispiel im blog unterricht aufgestellt also alle paar monate sind wir dann in der berufsschule und müssen da natürlich dann auch ausbildungsinhalte in der berufsschule lernen und das wird auch vorausgesetzt dass wir die dann gelernt haben und die ausbilder gucken natürlich auch ob wir dann in der berufsschule gute noten haben und wie wir da aufgestellt sind was gefällt die besser ich bin tatsächlich ein verfechter von beides ist gut also ich habe auch spaß in der berufsschule und ich freue mich auch wenn wir zum beispiel in der berufsschule ausbildungsinhalte kennenlernen die wir sonst in der praxis nicht so oft anwenden die vielleicht ein bisschen exotisch quasi sind und freue mich dann auch ein bisschen an theorie und heute ist ein ganz normaler arbeitstag für dich das heißt du hast arbeit zu tun was ist das aktuelle projekt jetzt was liegt an ja das schweißen ok darf ich dabei bleiben darf ich zu gucken klar würde ich mich freuen ok so und wir sind auch schon in einer der maschinenhallen und die räumlichkeit verdient die bezeichnung ich sehe maschinen en masse ich habe gar keine ahnung wofür das alles sein soll aber was ich sehe hier hinten blitzt ist und ich nehme mal an das ist das schweißen ja genau aber du musstest halt noch einen schweißspiegel aufsetzen ich glaube das mache ich sogar ganz gerne denn was ich hier so sehe ich glaube ein schweißspiegel was auch immer genau das ist macht sinn ja würde ich auch sagen ok dann ran an die werkbank ok die lüftung läuft die werkteile werden hier auf der bank ausgebreitet handschuhe selbstverständlich gehören dazu und dann mache ich die maske runter auf jeden fall ein ganz besonderes geräusch und jetzt rieche ich auch was und so eine naht zieht sich doch recht schnell muss man sagen jawohl war es das bist du fertig bist du zufrieden ich sehe so viele sehr verschiedene maschinen weißt du wofür die alle sind ja also hier in dem bereich haben wir vor allem viele drehbänke also von groß bis klein von kurz bis lang wir brauchen die eigentlich für viele verschiedene bauteile je nachdem was sie halt für abmaße haben und diese bauteile sind wichtig muss man ja schon sagen hat dein beruf eine besondere verantwortung ja also in der ausbildung haben wir noch weniger verantwortung aber später im beruf ist man natürlich dafür zuständig dass die dinge auch am ende des tages halten und die auch wieder auf die straßen zurückkommen oder dahin wo sie halt im einsatz sind was würdest du sagen muss man mitbringen um gut in diesem beruf zu sein auf jeden fall das verlangen sich stetig zu verbessern also man lernt auch im berufsleben später nie aus man kann immer irgendwas dazu lernen sich verbessern und auch das verlangen schnell und vor allem auch gute arbeit abzuliefern hast du denn schon mal außerhalb dieser werkhallen gearbeitet warst du schon mal im hamburger hafen unterwegs hast irgendwie ein teil irgendwo eingebaut wir sind eigentlich eine ausbildung oft hier in der werkstatt aber ich hatte zum glück auch das vergnügen mal auf außenkölner zu sein und das ein oder andere bauteil was wir dann gefertigt haben auch einzubauen wie fühlt sich das an toll wenn man dann am ende des tages sieht dass das was man gefertigt hat auch ja genau die funktion hat die man dann vorgesehen hat und dass es passt genau das ist was würdest du denn sagen war deine spannendste aufgabe bisher bis jetzt fand ich es vor allem cool mal am liebecker ufer zu sein wir haben da zum beispiel eine antennenhalterung gebaut und gar nicht so unbedingt vom fachtechnischen war es so interessant sondern einfach mal die schöne aussicht zu genießen es ist doch es spricht nichts gegen ein arbeitsplatz mit schöner aussicht oder was würdest du sagen warum sind alle so fasziniert vom hafen warum wollen die leute so gerne hier arbeiten ich glaube dass es ein großer bestandteil davon ist das verbundensein mit dem hafen also viele leute die hier arbeiten bei der hpa haben einfach dieses heimatgefühl wenn sie an hafen denken und ich denke dass später vor allem mit rein hast du das auch ist das was dich am hamburger hafen auch am meisten fasziniert ich denke ich komme da langsam rein also ich bin auch nicht hier geboren aber ich habe schon ein gewisses heimatgefühl wenn ich an hafen denke und bist hier gern unterwegs wie würdest du sagen sind die leute die hier im hamburger hafen arbeiten ist das ein besonderer schlagmensch auf jeden fall also die leute die hier arbeiten haben halt dieses verbundensein mit dem hafen und das spürt man auch wenn man hier arbeitet also jeder ist irgendwie sehr nett und man ist irgendwie man kommt in diesem verbundensein mit dem hafen am arbeitsplatz wieder zusammen und jede aufgabe die im hafen erledigt wird ist wichtig die teile die hier hergestellt werden sind wichtig und ich nehme an du hast tatsächlich auch noch mehr zu tun heute was wäre denn jetzt so die nächste station für dich also wir würden hier noch an der drehbank arbeiten und wir fertigen jetzt zum beispiel ein probestück und müssen das einmal auf einem bestimmten durchmesser noch mal runter drehen und wenn ich dazu gucken wollen würde brauche ich jetzt wieder schutzausrüstung ja natürlich wie immer also du bräuchtes jetzt noch eine schutzbrille okay alles klar das machen wir okay also hier ist ein metallstück eingespannt dass ich super schnell dreht und von wasser gekühlt wird und dann setzt da ein werkzeug an das hobelt also ganz kleine metalllocken runter die überall rumliegen sieht wunderschön aus und davon abgesehen sich sehr viele knöpfe und hebel und eine anzeige in der sich wie wild irgendwelche zahlenbewegungen ich weiß überhaupt gar nicht was das alles heißen soll was genau machst du denn hier gerade wir drehen quasi jetzt ein teil auf einem bestimmten durchmesser runter das nennt sich links rund drehen und wir arbeiten hier mit kühlschmierstoff damit wir das werkstück ein bisschen kühlen können und das nicht zu heiß wird und das ist jetzt ein teststück sozusagen ja genau so wir fertigen das jetzt quasi nur um das am ende mit dem richtigen was wir dann noch mal fertigen müssen vergleichen zu können was genau sagen dir denn jetzt diese zahlen die hier auf der anzeigentafel zu sehen sind also natürlich mein maß auf dem ich gerade bin also mein durchmesser und die zahlen die sich gerade wie wird drehen das ist quasi meine andere achse also wie weit ich quasi noch fahren muss und die apparatur läuft hier wie auf so einer art kette oder zumindest sieht das so aus wie eine art kette hier ist eine schiene ist das einfach um werkstücke unterschiedlicher größe einspannen zu können genau also wir können hier an der drehbank je nachdem wie lang die ist viele verschiedene größen von werkstücken bearbeiten und dieser schlitten ist halt dafür da dass wir auch während des arbeitens einen bestimmten vorschub fahren können ok und du willst zu 23 irgendwas im sinn bei 25 irgendwas dann dann dreh mal fertig gut das mache ich so und ein weiteres werkstück ist fertig und ich hab dich gerade so ein bisschen beobachtet du stehst ja total ruhig an dieser komplexen maschine beobachtest das stellt das alles ein das wirkt schon sehr sehr sicher und ich nehme an du lernst jeden tag neue skills und neue fähigkeiten hier kannst du das auch in dein privatleben an wenn tatsächlich lernst du hier fürs leben das drehen was wir gerade gesehen haben zum beispiel weniger weil man natürlich dann die maschinerie dafür braucht aber so was zum spiel wie das schweißen wo wir schon viel jetzt gesehen haben geht auch relativ gut zu hause also dass man sich dann auch irgendwas zu hause dann zusammen prozent sage ich mal was seine familie und freunde dazu dass du diesen beruf ergriffen hast du nicht stolz wie das cool dass so skills lernst ja also meine familie finde das sehr cool dass ich das mache und es ist natürlich auch praktisch wenn man irgendwas dann schweißen könnte oder irgendwas anfertigt jetzt und einfach gefragt wird ja kannst du das machen nicht sagt ja kann ich mache ich einfach jetzt hast du das erste lehrjahr schon fast abgeschlossen das zweite steht vor der tür kurzes zwischen fazit sozusagen hast du dir dein ausbildungsberuf so vorgestellt ist das so wie du gedacht dass es würde sein das ist natürlich immer noch was anderes wenn man hier wirklich steht und die sachen auch lernt und erwartet wird dass man abliefert und so kann man sich das natürlich auch nicht direkt vorstellen aber ich habe es mir schon gewünscht dass es zum teil genauso aussieht und du gehst ganz entspannt durch diese lehrjahre gerade durch ja also ich habe natürlich ein gewisses maß an ehrgeiz und versuche möglichst gut durch die jahre zu kommen aber ich gebe mein bestes dein ausbilder ist die hpa wie sind denn die übernahmechancen also wenn man sich gut anstellt sind die übernahmechancen sehr gut vor allem zurzeit sucht die hpa dringend nach vor allem auch jungen personal und als konstruktionspianiker oder auch im handwerk ist man überall gern gesehen und vor allem auch gern bei der hpa was ist denn das ziel wo würdest du denn vielleicht gerne arbeiten dann damit gibt es irgendwie schon so ein traum ja also erstmal gucke ich dass ich hier wahrscheinlich arbeite und ein bisschen praxiserfahrungen sammeln und mal sehen wo mich dann der weg hinführt ich bin da sehr offen irgendwo mal was anderes ausprobieren aber hast du das manchmal dass du so bauwerke siehst und denkst das wäre ein traum bei sowas würde ich gerne mal mitarbeiten allein schon wenn ich irgendwie durch den hafen fahren die ganz brücken sehe und dann sehe wie riesig die sind teilweise es ist natürlich schon cool wenn man sich überlegt ja da könnte ich mal irgendwie die ein oder andere schweißen hat oder das ein oder andere glied dazu liefern vielleicht so die neue kühlbrandbrücke oder sowas ja also so ambitioniert will ich erstmal noch nicht denken aber ja genau okay es ist ja auch ein weg man geht ja schritt für schritt was würdest du dir denn für die zukunft wünschen vielleicht beruflich aber auch allgemein ich würde mir wünschen dass ich erstmal die ausbildung natürlich gut absolviere und ein bisschen erfahrung sammelt hier in dem beruf und danach stehen halt die chancen überall sehr gut mit diesem beruf arbeit zu finden und vor allem auch über einem ausland also vielleicht gehe ich mal ins ausland und ja mache dann diesen beruf da weiter was würdest du den leuten raten die uns jetzt zugehört haben und sagen aus klingen mega interessant ich könnte mir das für mich auch vorstellen ja schaut einfach mal gerne mal rein viele betriebe auch die hpa bieten praktiker an wo man einfach mal reinschauen kann und den beruf mit eigenen augen und vor allem auch mit den händen erleben kann jetzt sind wir hier in einem teil des hamburger hafens dem harburger hafen der nicht ganz so bekannt ist der aber wunder wunderschön ist lass uns den den höheren doch noch mal so ein bisschen näher bringen was würdest du sagen wo ist es hier im harburger hafen am schönsten also hier gleich vorne wo diese zwei brücken einmal die verkehrsbrücke und die fußgängerbrücke rüber gehen liegen einige alte schiffe an und das ist sehr schön sich da einfach mal hinzusetzen und ein bisschen den harburger hafen auf sich wirken zu lassen wundervoll dann habe ich dich jetzt lange genug aufgehalten die arbeit muss ja irgendwie gemacht werden ich bedanke mich so herzlich für diesen einblick in diesen total interessanten und wichtigen beruf und ich wünsche dir alles gute ja vielen dank freue mich auch hafen funk der podcast aus dem hamburger hafen produziert von der hamburg port authority jeden monat gibt es eine neue folge um nichts zu verpassen abonniert den podcast und lasst eine bewertung da ihr wollt mehr geschichten aus dem hamburger hafen dann schaut auch bei instagram at hamburger hafen und auf dem youtube channel der hamburg port authority vorbei hafen funk ab jetzt überall wo es podcasts gibt